Christian Nett ist einer der jungen Winzersterne der Südpfalz. Mit modernen, aber authentischen Weinen macht er schon seit Jahren auf sich aufmerksam. Sein Black Edition Riesling zeigt sich wunderbar klar, saftig, mit Finesse und einem sehr feinen Spiel. In die Black Edition kommen nur die außergewöhnlichen Weine von Christian Nett. Dieser Riesling gehört dazu.